Hallo ihr Lieben, auf diesem Wege wollte ich mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, die ständig dabei waren bei TogoTour, bei Autogrammstunden. Dankeschön für euren Support, danke, dass ihr unser Album gekauft habt, danke für die tollsten Geschenke, die ich immer bekomme. Und ja, wir sehen uns ganz bald. Tschüss! Peace! Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr uns echt so supportet, ich find's richtig, richtig cool, ich freu mich mal, wenn ich euch sehe. Und auch bei der TogoTour, ich hab grad einen Ausweis von der TogoTour. Also seid auf jeden Fall dabei, wir haben noch zwei Termine, Heilbronn und Rebeck, außer dem Braunschweig noch, also noch mehr als zwei Termine. Außer dem Fernsehgarten sind wir auch nochmal, das darf man auch nicht ganz vergessen. Und vielen, vielen Dank an alle, oder euch, wir sind gar nicht so weit gekommen, wie wir uns jetzt schon gekommen sind. Und mit eurer Bestimmenschaft ist noch ganz, ganz weit. Vielen Dank! Hey, lieben, hier ist euer David, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Fans da draußen, die uns so super supporten und immer für uns da sind. Die bei der TogoTour vorne stehen oder die bei den Kramsstufen dabei sind. Danke für eure Geschenke, dafür, dass ihr unser Album so super, ja, kauft oder dass es euch gefällt. Und ich freu mich ganz, ganz doll, euch bald wieder alleine zu sehen. Also bis dann. Tschüss! Hallo, ich bin's, eure Vicky von Toronto. Ich freu mich ganz, herzlich bei euch bedanken für den ganzen Support, für die ganzen Kängeschenke und für die ganze Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Also bis dann. Tschüss! 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 Schuss! bis zum nächsten mal wird